Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Stizzle die Rizzle seid, ja. Wir gucken uns nun das Video an, der Live-Talk mit Dara war anstrengend. Ich hab den nicht mitbekommen, ich möchte up-to-date bleiben, deswegen rein da. So Freunde der Live-Talks, wie letzte Woche angekündigt, habe ich am Montag live mit Dara geredet. Und damit ihr euch keine zwei Stunden angucken müsst, fasse ich euch das hier einfach mal zusammen. Den Live-Talk habe ich aber in der Beschreibung verlinkt. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, warum er sich denn über den Willen von Shoyoka stellt. Denn die möchte weder verteidigt werden, noch irgendwie erwähnt. Und Dara macht das Ganze ja trotzdem. Dieser Frage ist ja tatsächlich mehrfach ausgewichen, wie beispielsweise hier direkt am Anfang. Ja, also erstmal thematisierst du sie ja in den Videos. Wenn du das nicht machen würdest, würden wir dann auch eben keine Gegenrede oder sowas leisten. Erstmal bin ich natürlich schuld, obwohl das halt auch überhaupt nichts an irgendwas ändert. Denn du bist ja eigentlich auf der gleichen... Ja, das ist eine komische... Also... Also ja, also ich verstehe zwar die Ansicht von Dara, aber Dara könnt ihr auch selber einfach gar nichts zusagen. Und dann ist das Ding für ihn abgeschlossen. Und wenn das alle anderen auch machen, dann können eigentlich auch keine Videos mehr auf diese Gegenreaktion entstehen. Das heißt, würde eine Seite aufhören, irgendwas über Shoyoka zu erzählen, dann würde es einfach gar nicht mehr dieses Thema geben. Seite wie Shoyoka. Also du solltest ja eher auf sie hören als ich. Bei mir ist das egal, aber ich sage das auch so. Danach habe ich natürlich nachgefragt, denn ich wollte ja eine Antwort darauf haben. Und auch da hat er dann wieder nicht wirklich drauf geantwortet. Dass man das vor allem von eben der Gegenseite, sei es rechts, sei es irgendwo neoliberal oder wie man das auch immer nennen möchte, dass man anstatt, dass man gegen politische Ideen geht, dass man das Ganze auf Personen projiziert. Also beispielsweise gab es mal eine Phase vor einigen Jahren. Gerade wenn man internationale Medien verfolgt hat, dann haben diverse rechte Medien, das war zum Beispiel Fox News und so alles. Aber guck mal, du redest halt schon ein bisschen drumherum, weil du brauchst ja nicht ausweichen. Also warum, wenn Shoyoka sagt, bitte verteilte mich nicht, warum sagst du dann, nein, es ist egal, was du sagst, ich muss mich darüber stellen? Das ist ja die Frage. Ja, warte einmal kurz. Dann hat man eine Phase lang, eine Zeit lang, anstatt dass man gegen Umweltschutz zum Beispiel geht, einfach nur ist man gegen Greta Thunberg gegangen. Ja, das ist ja schön, das kann sein, das beantwortet halt nur leider die Frage nicht. Und selbst nachdem ich ja sogar noch mal nachgefragt habe, hat er seinen Dialog dann trotzdem zu Ende gehalten, obwohl das nicht die Antwort auf meine Frage ist. Er sagt auch selber, dass ich keiner von diesen rechten Gruppierungen bin. Deswegen macht es ja noch weniger Sinn, mich darauf zu beziehen. Das sagt er hier auch selber. So gut es geht, Shoyoka aus allem rauszuhalten. Aber das geht eben nicht immer. Und da übergehe ich das Ganze gerne mal, wenn das irgendwie ihr eigener Wunsch ist, weil wie gesagt, sie ist aus meiner Sicht eine Projektionsfläche. Das heißt, sie dient eben für rechte Online-Communities oder rechte Akteure als sozusagen... Aber ist das dann nicht... Also wenn er das ja dann nicht auf KuchenTV bezieht, warum sagt er es überhaupt? Aber das verstehe ich nicht ganz. Also so dann macht es keinen Sinn, das überhaupt zu erwähnen, wenn es ja nicht auf KuchenTV bezogen ist. Finde ich ein bisschen weird, einfach muss ich an der Stelle sagen. Aber ich verstehe generell viele Sachen von Dara einfach nicht. Ein Bild einfach generell für bestimmte politische Ideen. Das heißt, indem man sie angreift, greift man eben auch diese politischen Ideen an, was eben einfacher ist. Wenn es diese rechten Gruppierungen gibt, dann verstehe ich halt nicht so ganz, warum du dann auf mich reagierst. Obwohl du selber sagst, dass ich da gar nicht dazugehöre, anstatt direkt auf diese Gruppierungen zu reagieren, wo man ja vielleicht sogar wirklich was verändern könnte. Das habe ich ihn dann halt auch genau... Er kann doch auch einfach sagen, also wirklich, ich nehme es ihm nicht übel und es nimmt niemanden übel. Oder niemanden ihn übel. So, wenn er sagt, yo, das Thema ist halt so kontrovers, das polarisiert und bringt natürlich auch Aufmerksamkeit auf den Kanal. So meine Fresse, ey, wir sind YouTuber, Influencer, was weiß ich. Dieses Thema wäre nie so groß gewesen, hätte es keine Klicks gegeben. Wer damals, hätte das Video von KuchenTV damals zu Shoyoka 70.000 Aufrufe gemacht, hätte KuchenTV kein neues Video über Shoyoka gemacht. Und dann hätte sich Dara auch nicht eingeschalten, weil den hätte das auch einen Scheiß interessiert. So, das ist nun mal so, meine Güte, ja, da war halt gerade Hype in dieser Thematik und dann wurde halt dort mitgemacht. Dort wurde mitgemacht von jedem anderen auch, von dem Kaiser auch, von mir auch, von dem Dara auch, von dem Young Felsalat oder sonst irgendwen. Natürlich geht es da auch um die Klicks und da ist es bei Dara selbstverständlich auch so. Das kann man doch einfach sagen. Also ich weiß nicht, warum man sich dann so extrem immer hat, ja. Aber nee, da hält man sich lieber so komplett zurück. Das ist doch vollkommen okay, das zu sagen. ... so gefragt und es kam halt schon wieder keine richtige Antwort dabei rum. Aber wir können uns natürlich gerne darauf einigen, dass du sie gar nicht... Es geht doch oftmals bei so Influencern, geht es doch oftmals einfach darum, dass man da irgendwie, okay, da gibt es irgendwo mal Reichweite oder Aufrufe oder irgendwelche Hypes oder so. Und da guckt man da auch mal mit rein. Ist nun mal so. Ihr habt es doch gesehen, guck mal, diese Shoyoka-Thematik. KuchenTV macht einen Stream über Shoyoka und so. Hat er das Drei- oder Vierfache von Zuschauern, als wenn er normal streamt. In Dara redet über Shoyoka, hat plötzlich das Doppelte an Views in seinem Stream. Natürlich redet er dann öfter über Shoyoka. Aber dann sag es doch auch einfach. So, das bringt auch nichts dann zu sagen. Ja, politisch und mir geht es da auch um das Gute und das finde ich alles unfair. Hä, weiß ich nicht. Ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass es ihm nur darum ging, um die Aufmerksamkeit. Vielleicht hat er da wirklich auch so eine absolut positive Intention. Aber das kann man doch auch, also keine Ahnung, wenn man schon gar nichts sagt, dann kann man doch wenigstens das sagen. So, dann weiß man wenigstens erst ehrlich. Wenn du nicht mehr thematisierst in deinen Videos, dann kommt da wahrscheinlich auch nichts mehr von uns zu dem. Ja, Bro, aber ich will ja gar nicht, dass das aufhört. Also für mich ist das ja einfach gerade wirklich absolut geschenkter Content. Gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft ist das ja einfach super. Mir geht es ja nicht darum, eine Lösung oder sowas zu finden. Ich möchte einfach nur wissen, warum du dich über den Willen von Shoyoka stellst. Und ich habe ihn dann wieder gefragt. Und dieses Mal hat er das Ganze dann komplett runtergespielt. Das könnte ich doch auch dir sagen. Ich wäre ja auch zu, ich mache ja meine Reichweite damit. Ich habe ja nicht mal das Video dazu hochgeladen. Ich habe das ja einfach nur in meinem Stream einmal thematisiert, so wie ich dann eben Reactions mache. Und dann, ich habe das bisher nicht mal hochgeladen, jetzt die Reaction. Ja, aber dir muss ja trotzdem klar sein, dass ich das nutze. Wenn man das tut dann vor 300 bis 400 Leuten oder so, die schauen dann zu bei mir im Kanal. Weil ich bin jetzt nicht irgendwie der große Influencer hier. Wie alle Videos, die ich zu Dara gemacht habe, war das auch hier wieder nur eine Twitch-Reaction. Also er weiß, was es heißt, wenn er auf mich reagiert. Und zwar, dass... Hä, wait, haben die nicht mal vereinbart, dass sie das nicht mehr machen? Also dass QNTV nicht mehr auf den Live-Reaction-Content von Dara reagiert? Oder beziehungsweise das in seine Videos einbaut? Haben die das nicht mal beschlossen, dass die das unterlassen so? Ich darf zu... War da nicht irgendwas? ...durchaus ein Video mache. Das Ganze jetzt also so runterzuspielen im Sinne von, ach naja, war ja nur auf Twitch, das ist doch in Ordnung, ist auch wieder keine richtige Antwort. Also habe ich wieder nachgefragt und dieses Mal kam das hier. Also dann packst du ja schon immer quasi wieder als Zielscheibe aus, weil ich wieder zwangsweise über sie reden muss, wenn du sie versuchst zu verteilen. Aber du hast ja bisher nicht... Also sagen wir mal, du hättest ein Argument, wenn du jetzt zum Beispiel vier Wochen lang darauf verzichtet hättest oder so. Wenn man wirklich sehen würde, da gibt es einen ganzen Zeitraum, da hast du überhaupt nicht sie thematisiert. Und dann kommen wir um die Ecke und greifen das Thema irgendwie wieder auf. Aber das ist doch egal, ihr macht das ja die ganze Zeit. Ne, 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 so erscheint das ja nicht so, als würdest du jetzt in Zukunft irgendwie damit aufhören. Selbst wenn ich sowieso Videos mache, machen es deine Videos ja trotzdem schlimmer, weil ich dann noch mehr Content habe als sowieso schon. Du erreichst ja mit deinen Reactions überhaupt nichts Positives. Also es macht gar keinen Sinn, darauf zu reagieren und dir muss ja klar sein, dass ich diesen Content wieder nutze. Du willst ja eigentlich Shuyoka nur helfen. Und wenn Shuyoka selber sagt, bitte verteidigt mich nicht, verstehe ich immer noch nicht, warum du das dann trotzdem tust. Wir haben uns hier halt wirklich super lange im Kreis gedreht, weil er nie eine zufriedenstellende Antwort gegeben hat. Ich habe ihn dann gefragt, was ihn denn diese Reactions jetzt überhaupt gebracht haben. Und darauf war seine Antwort dann das hier. Ne, du kannst ja trotzdem Gegensprech leisten und damit eben auch Menschen überzeugen vom Gegenteil. Und das hast du geschafft. Also du würdest jetzt sagen, mit der Reaction... Also eine Gegenmeinung mit einbringen ist ja per se erstmal etwas Positives, aber... Er kann einfach sagen, jo, ich habe das gemacht, weil es natürlich polarisiert hat. Bruder, du sagst ja selber, dass du auf Twitch nur 400 Zuschauer hast. Mein letztes Video, was ich über dich erstellt habe, hat über 200.000 Aufrufe. Also was denkst du? Haben jetzt viele Leute eine Gegenmeinung zu dieser Shuyoka-Thematik oder denken die noch negativer von ihr, weil mein Video halt gefühlt tausendmal mehr Reichweite hat als dein Livestream? Also das Ganze wird ja offensichtlich nichts gebracht haben. Also nichts Positives. Und es tut mir leid, aber es geht die ganze Zeit genau so weiter. Ja, aber es ist jetzt besser nach der Reaction, weil es ist ja eigentlich eher schlechter, weil mein Video hat ja auch wieder über 200.000 Aufrufe. Wie gesagt, die kannst du ja machen, wie du willst. Also du kannst ja auch wirklich fünf, sechs Mal die Woche... Ja, aber du hast ja dann geschadet. Wenn ich es nicht bin, kannst du halt immer noch irgendwas anderes finden, was genau das Gleiche macht. Also das kommt einfach nur auf deinen Arbeitspensum an. Deswegen, das ist alles kein Argument. Auch das beantwortet ja meine Frage nicht. Zu sagen, ja, dann suchst du dir halt einen anderen, das macht es ja nicht besser. Also ganz ehrlich, dann würde ich mich doch lieber an den Willen von Shuyoka halten, als dass ich im Nachhinein dann schuld daran bin, dass wieder Content über sie erstellt wird. Vor allem ist ja auch das Ding, dass wenn alle so denken wie du, dass das ja dann nie endet, dann würde ja jeder einfach weitermachen, weil sich jeder denkt, dass die anderen das ja auch tun. Dann geh doch einfach mal als gutes Vorbild voran und sag... Also ich meine, guck mal, KurenTV sagt es ja auch öffentlich die ganze Zeit. Ihm ist das scheißegal, ihm ist auch Shuyoka scheißegal und er würde halt weiter Videos machen und Shuyoka tausendmal da den mit reinziehen, ne? So wie er das auch in diesem Video macht. Und ich meine, wenn ich weiß, jo, das macht er die ganze Zeit und das sagt er auch öffentlich, dass ihm Shuyoka scheißegal ist und er ständig Videos auch gegen sie machen würde oder wo sie mit drin ist so machen würde, dann würde ich, wenn ich jetzt wirklich den Willen habe, ja, Shuyoka zu verteidigen, dann einfach nichts mehr sagen. An Dahas Stelle. Aber Dara sieht natürlich auch Content daraus. Das ist doch, ist doch obviest. Sag einfach, hey, wir machen das Thema jetzt zu. Es ist so schlecht, oder? Wir haben halt alleine über diese eine Frage, warum er sich über den Willen von Shuyoka setzt, ungelogen, 30 Minuten geredet. Also es waren wirklich 30 Minuten. Guckt euch den Live-Talk an, weil er die ganze Zeit ausgewichen ist. Ohne Witz, wer sich den Live-Talk davon anguckt, ne? Also mein Beileid, aber da, ne, also mit meiner freien Zeit stelle ich mir was Sinnvolles an. Deswegen gucke ich mir jetzt das Video an, um den Live-Talk nicht zu sehen, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung das Ganze ging. Dann hat er mir die Schuld gegeben, dann hat er seine Aktion wieder runtergespielt. Anstatt einfach mal vernünftig diese Frage zu beantworten. Ich habe das Thema dann irgendwann liegen gelassen, weil es bringt ja auch einfach nichts. Und habe ihn dann gefragt, welchen Hass ich eigentlich auf Shuyoka projiziere. Denn das hat er ja auch des Öfteren in seinen Reactions gesagt. Und ihr könnt es euch denken, auch dazu gab es keine richtige Antwort. Wie viele von... Ja, also natürlich Hass projizieren, vielleicht jetzt nicht auf fortwörtlicher Basis gemeint. Aber wenn du 20 Videos über eine Shuyoka erstellst, plus einen Disc-Track, dann erzeugt das jetzt keine positive Energie über eine Shuyoka. Ich würde schon sagen, dass es dafür... Also dass Corona-TV natürlich mitverantwortlich ist, dass... Dass Shuyoka jetzt nicht unbedingt so, ne? Also dass ich schon relativ gehatet werde, würde ich schon mal mit meinen. Wenn dein Fans jetzt Hass verspüren oder wie viel Hass du verspürst oder sowas, kann ich natürlich niemals messen oder dir sagen. Aber selbstverständlich, wenn du politischen Aktivismus im Internet machst, vor allem wenn du dich für Queer-Feminist... Ja, ich... Ich habe nicht mal was gemacht. Hier steht schon wieder alles Alpha, Kevin. Ich weiß noch nicht, was habe ich denn jetzt hier schon wieder falsch gemacht? ...ein Satz, dann wird das immer dazu führen, dass du gerade im Internet... ... sehr viele, sehr viele Feinde einfach hast. Das ist eben etwas, was in Deutschland so ist, genauso im englischsprachigen Raum. Nee, aber es geht ja um mich, was politischen Aktivismus ist. Und wie gesagt, Gamergate ist ja so ein, äh, da einfach, ne, das Ding, was, äh, 2015 oder was aufkam und, äh, seit, seitdem halt auch gut erforscht ist, dieses Phänomen, weil, ne, oder auch die ganze... Warum so ein Andrew Tate zum Beispiel durchgestartet ist, äh, ne, also... Bro, was juckt mich denn Andrew Tate in der Situation? Es geht doch darum, welchen Hass ich? Ja, Alter, ich verstehe auch nicht, wie Daha immer redet. Der redet so viel um heißen Brei, versucht das wie so ein Politiker zu machen, um die Frage nicht zu beantworten und, und kommt dann auf irgendein Ergebnis, was wieder gar keinen Sinn ergibt. Das ist so schade. Ich KuchenTV auf Shoyoka projiziere und er kommt einfach mit. Naja, es gibt halt so Internetleute wie Andrew Tate. Ja, das ist ja schön für dich, aber das beantwortet die Frage nicht. Genauso auch beim nächsten Punkt. So geht wirklich das gesamte Interview. Er hat mich ja schon des Öfteren konservativ genannt. Und ich hab hier natürlich einfach mal die Gunst der Stunde genutzt, zu fragen, warum ich eigentlich konservativ sein soll. Und ihr könnt es euch auch wieder denken, eine richtige Antwort gab's im Grunde halt auch nicht. Ja. Ähm, dann kannst du mir das gerne senden. Ja, so ein anderer Punkt, der mich auf jeden Fall interessiert hat, weil in keinem Stream, also du erwähnst immer, dass ich konservativ sein soll. Oder rechts, ich weiß nicht, das switcht immer so ein bisschen hin und her. Ja, kenn ich dich immer. Aber ich hab dich mal so eingeschätzt. Du hast da, ich glaub, ich glaub hier in, ähm, Stay und, äh, Karl. Ja, das war auch im letzten Video. Im letzten Video hast du auch schon gesagt, konservativ wieder. Ja, genau. Also, weiß ich nicht. Wie kommst du da drauf? Ähm, ja, also zum Beispiel, äh, Stay und Karl haben dich ja auch so, ne, so FDP und so weiter verortet. Und einfach von der Einstellung her, nicht unbedingt von, was du wählst. Ja, aber ich will ja nicht wissen, was die gesagt haben, sondern wie du darauf kommst. Ja, aber das ist halt super gut, weil das wäre halt auch eben ein Thema. Bro, was juckt mich denn, was Dekadent und Stay sagen? Ich frag dich doch, warum ich konservativ bin. Ja, aber das ist das, das ist hier das Problem, was, was man generell so bei Influencern haben kann. Jemand sagt was und du übernimmst es einfach. Anstatt dir selber ein Bild zu machen, ob das auch wirklich so, weil du, es soll, man sollte es auch so halbwegs begründen können, weshalb man jetzt FDP ist. Ja, oder weshalb man jetzt eine FDP-Einstellung, äh, oder FDP-Einstellung hat. So kann ja sein, dass CoronaV auch die FDP wählt und da das feiert. Aber, also, begründe doch, was, was ist es? Also, warum denn? Also, wie erschließt sich das denn? Ne? Ich weiß nicht. Eine Antwort ist, ja, also, Dekadent und Stay haben das ja auch schon gesagt. Ja, aber ich möchte ja wissen, warum du so denkst. Ich bin natürlich hartnäckig geblieben, wie Ausländer in Deutschland, die keine Duldung haben und habe nochmal nachgefragt. Und danach kam dieser Punkt hier von ihm. Also, weil ich halt Videos mache gegen Leute, die weniger Reichweite haben, bin ich direkt konservativ. Also, das ist ein Punkt, warum ich konservativ bin, so. Nein, nein, nein. Wie gesagt, die Art und Weise der Videos, dass du eben, ähm, vor allem eben auch gerade diesen Beef-Content und so weiter machst. Ja, aber den mache ich doch auch gegen Größere. Ja, genau. Ja, aber das hat ja da nichts mehr nach unten klicken. Nein, nein, wie gesagt, das ist ja, das ist, wie gesagt, da zählt halt sozusagen, in Anführungszeichen, das rechte Stärken. Und heißt, so, für dich gilt halt einfach so, wer am Ende, ich sag mal, mehr Power aufbringen kann, hat am Ende vielleicht gewonnen. So, natürlich geht das, äh, ich finde, wer die besseren Argumente bringt. Aber allein, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich geh dann gegen den einen, der 150 Viewer bei Twitch irgendwo hast, ne, so, allein darüber ein Video machst, ist halt schon, ich sag mal, natürlich ist so etwas, da brauchst du ein bestimmtes Mindset für, damit du das überhaupt... Also, also, an der Stelle ist das natürlich absoluter Käse, was er da erzählt, äh, absoluter Käse. Ich, ich kann mir vorstellen, was Dara meint, dass Konservative eher so, sag ich mal, grimmig sind und auf Kritik auch grimmig reagieren und vielleicht auch immer so ein bisschen schroff. Ja, und, ich weiß nicht, schroff ist ein komisches Wort, ne, aber vielleicht meint er das, so dieses schroff und dass das so typisch konservativ, ne, so dieser Art ist. Aber es geht ja, es kommt ja auf den Inhalt drauf an und wenn dieser Inhalt von dem, was gesagt wird, nicht konservativ ist oder auch nicht rechts einzuordnen ist, dann kannst du den halt nicht als konservativ bezeichnen. Auch wenn vielleicht die Tonart so ist wie von dem Konservativen. Aber das macht dich ja deswegen nicht so im Konservativen, weil es geht ja immer noch um die Inhalte. Also, ich glaube, das hat Dara nicht ganz, äh, nicht ganz verstanden oder so. Über dich bringen kannst. Also, weil ich auch Videos gegen kleinere Creator mache und das halt im Kuchen-TV-Style, dass man mal so ein bisschen rumfrontet, bin ich jetzt einfach konservativ, weil Leute, die links sind, das Ganze eher argumentativ machen. Also, Beef-Content hat doch nichts damit zu tun, ob ich jetzt links oder rechts bin. Ein Dekadent in seinen Reactions frontet auch sehr viel rum und der ist ja auch nicht konservativ. Ich bin ja Pädagoge und, äh, früher war es zum Beispiel so, wenn du dann, wenn irgendwer Mobbing erlebt hat in der Schule, dann, ähm, ne, gab's da sozusagen die konservative Einstellung, ja, äh, wenn, ne, wenn das halt mit denen passiert, ja, ein Pech gehabt. Ne, so, das ist halt einfach, wie es ist, so, dann, ne, setz dich durch. Also, da musst du, so, wenn du halt zu schwach bist, dann weißt du, wenn du dich aber doch durchsetzen kannst, dann Glück gehabt. Ne, so, wets, how it is, ne, so, das ist halt die, die Ordnung der Welt. So, und dann war natürlich die progressive Position, nee, gegen Mobbing klären wir auf, wir gehen dagegen vor, wir versuchen für einen Ausgleich zu sorgen, wir versuchen schwächere, vor stärkeren zu schützen. Und das ist dann eben die Gegenposition. Alleine meine Videos mit Mobbing zu vergleichen, ist halt schon sehr, sehr wild und auch schon sehr, sehr falsch. Also, ja, natürlich versuche ich die Leute hier auch zu unterhalten, gar keine Frage, aber trotzdem steht hier das Argumentieren trotzdem noch an erster Stelle. Und vor allem, wenn mich die Leute vorher fronten, warum habe ich dann nicht das Recht dazu, mich dahingehend zu verteidigen und ein Video dazu zu machen? Also, als ob linke Leute sich nie gegen irgendjemanden verteidigen, der weniger Reichweite hat. Was ist das für ein Punkt, warum ich konservativ sein soll? Außerdem finden 9 von 10 Menschen Mobbing auch komplett in Ordnung. Er hat danach noch ausgeführt und das hier gesagt. Ja, aber was hat das jetzt mit dann, also mit konservativ sein zu tun? Das ist ja eigentlich der Punkt, wo wir waren. Ja, die, eine progressive Position wäre nun mal, dass du, wenn du so ein Video machst, ein Antwortvideo auf irgendwie Young Felsalat oder sowas, ja, dann würdest du eventuell ein Video machen oder einfach nur ein Twitter-Statement, hey, das fand ich nicht in Ordnung, dass er das über mich gesagt hat. Hier sind ein paar Punkte, die ich kritisiere und das sind meine Gegenargumente dagegen und das war's dann. Achso, ja klar. Also anstatt jetzt Videos zu machen, bringe ich einfach immer Twitter-Statements, wo ich dann sowas sage. Also ich muss ehrlich sagen, Dara schafft das auch immer wieder, Dara schafft das auch immer wieder, sich da auch selbst zu übertreffen. Also die Argumentation ist echt, also ich weiß ja zum Teil, also ich versuche zu verstehen, was er meint und zum Teil verstehe ich auch, was er meint. Aber konservativ bedeutet nicht, dass nur weil deine Art halt ein bisschen härter ist, dass du deswegen konservativ bist, du kannst auch progressiv sein, wenn du eine härtere Art hast. Ich würde sagen, KuchenTV hat eine härtere Art, zumindest im Internet, ja. Also wenn da irgendwas ist, da haut der auch direkt voll drauf rein. Aber das bedeutet ja deswegen nicht automatisch, dass KuchenTV ein konservativer Mensch ist. Aber ich glaube, das checkt er nicht ganz. Jo, also dieses Video und das, was du gesagt hast, das fand ich jetzt aber nicht wirklich in Ordnung von dir. Auch der nächste Punkt ist mal wieder ziemlich wild und das ist auch das, was er in den Reactions die ganze Zeit macht. Er hat die ganze Zeit Dialoge geführt, wo er dann mehrere Punkte genannt hat. Logischerweise kannst du nicht alle Punkte auf einmal nennen, sondern musst dir einzeln darauf eingehen, wie soll das sonst gehen. Das habe ich auch getan und als Antwort bekomme ich dann sowas hier. Das hat doch nichts mit progressiv zu tun oder nicht. Du hast jetzt quasi gesagt, wenn ich keine Quellen angebe, bin ich konservativ oder was? Das war gerade ein Unterpunkt von dir, den du genannt hast. Dass ich keine Quellenangabe habe. Du kannst nicht immer so einen Punkt irgendwie rausnehmen und dann... Okay, das ist richtig komisch. Also soll er das gemeint haben, finde ich das richtig komisch. Ich glaube, ich weiß auch, warum er das so denkt. Ich glaube, das liegt einfach an seinem Umfeld, in welchem er ist. Also der ist in dem Umfeld oder guckt sich halt nur Content an von linken, progressiven YouTubern und bildet sich daraus seine eigene Meinung oder seine eigene Sicht. Ah ja, links, okay, die geben immer eine Quelle an und deswegen ist das typisch linkes Verhalten. Leute, die das nicht machen und ähnlichen Content aber produzieren, die sind schon wieder konservativer unterwegs als die, die immer die Quellen angeben und so. Also ich glaube, er vergleicht dann das miteinander und sieht dann genau halt, jo, das andere ist genau das Gegenteil. Das ist konservativ oder rechts oder so. Ja, was ist das denn? Also das ist wirklich, ich glaube, das ist echt ein bisschen ein verschobenes Bild. Ja, aber guck mal, du nennst drei Punkte, man muss doch über jeden einzelnen diskutieren. Wenn du jetzt zehn Punkte nennst, wenn ich die zehn Punkte nenne und einer davon ist scheiße, natürlich darfst du den einen Punkt nennen. Ja, da müssen wir über die zehn Punkte reden, da kannst du nicht dann das Ganze jetzt so framen. Natürlich kann man, natürlich muss man sich die einzelnen Punkte, wie soll ich denn drei Punkte gleichzeitig nennen? Ja. Natürlich müssen wir über jeden einzelnen reden, hä? Ja, aber da musst du schon anders herangehen. Du sagst, du sagst, kleine Angabe, zu reißerisch und noch irgendwas anderes, wie soll ich denn da auf einmal drauf eingehen? Natürlich muss man die einzelnen Punkte beleuchten. Hä? Diesen Punkt bringt er, wie gesagt, immer und ich sehe halt den Sinn dahinter nicht. Nehmen wir einfach mal an, ich würde jetzt zehn Dinge über dich erzählen und eins ist eine ganz klare Lüge. Dann kannst du doch sagen, hey Bro, bei dem einen Punkt hast du aber gelogen. Oder ist es dann okay, wenn ich antworte, nee, du kannst dir jetzt nicht einfach irgendeinen Punkt draus suchen, geh doch mal auf alles ein. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Wir können doch auch über jeden einzelnen Punkt sprechen, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Wie stellst du dir das vor, dass man über zehn Punkte gleichzeitig redet oder was? Dann habe ich auch hier noch fünfmal nachgefragt, bis dann das hier gekommen ist. Ich würde jetzt erstmal gerne wissen, warum ich konservativ bin. Also du hast jetzt nur einen Punkt genannt, aber du sagst ja selber, dass du mich... Die reden einfach... Was haben denn die... Hat die in dem Gespräch wirklich nur darüber geredet, warum jemand konservativ ist und weshalb jemand Choyoka verteidigt, aber trotzdem irgendwie nicht auf die Worte von Choyoka hört? Irgendwie sind gefühlt nur zwei Punkte einfach. Nicht so die krasse Anschuldigung, jemanden als konservativ zu machen. Eine Stunde lang, ja. Ach du Scheiße, Mann. Nein, aber ich würde gerne wissen, warum. Also gerade diese... Also erstmal zum Beispiel handelst du ja sehr reaktionär, weil es gibt praktisch keinen feministischen Content, gegen den du noch nicht gegangen bist sozusagen. Doch, da gibt es eigentlich sehr viel. Gerade, dass du natürlich auch ein Hauptakteur in einer der größten antifeministischen Hetzkampagnen gewesen bist, die das deutsche Internet jemals erlebt hat. Gegen Choyoka oder was? Also, Reaktionär bin ich nicht und das gegen Choyoka ist auch keine antifeministische Hetzkampagne, aber das habe ich halt irgendwann auch einfach ignoriert, weil der hat das so oft gedroppt. Das ist so komisch. Zumal es ja auch bei Choyoka gar nicht um das ganze Feminismus-Thema ging. Das ist richtig weird. Also ich verstehe das nicht, warum er überhaupt dieses Feminismus-Thema damit reinbringt. Ganz ehrlich, also dann wäre der Talk ja zehn Stunden gegangen. Meine Videos zu Choyoka haben ja nichts mit... Hey, es ging doch bei... Es ging doch bei Choyoka um diesen Vorfall da, welches sie geschildert hat und dann kritisiert wurde. Und halt noch mit Gamerin des Jahres, ja. So ein Käse, irgendwie so einen komischen Award und Oh Gott, sag ich es sie. Aber das hat ja alles... Das ist ja nicht so... Ich weiß nicht, also... Als ob wir ja die ganze Zeit von dem Feminismus-Thema reden. Feminismus zu tun. Also die meisten Videos beschäftigen sich nicht mal mit dem Thema Feminismus, wenn ich etwas über sie sage. Und selbst wenn, wäre das ja kein Grund, mich komplett politisch konservativ einzustellen, wenn du meine politischen Haltungen größtenteils überhaupt nicht kennst. Dazu hat mich auch mega aufgeregt, dass er meine krassen Witze überhaupt nicht verstanden hat. Ich meine, das hier ist ein richtiger Banger, Leute. Dass man in dem öffentlichen Raum, sag ich mal, einfach mehr Privatsphäre hat. Also ich finde, also so irgendwie Gruppenduschen oder sowas, konnte ich halt noch nie viel damit anfangen. Ja, das ist das Beste in einem Fußball. Ja, und von mir aus, wenn es dein Kink ist. Aber sonst, da hat man dann halt Kabinen für die Leute, wenn sie sich da wohler fühlen, sich da umzuziehen. Ich bin allerdings auch in der Frauenmannschaft, wo sie dazu sagen. Ja, und was auch immer du möchtest. Na gut, auf jeden Fall haben wir danach noch relativ lange über einzelne politische Themen geredet. Das Ganze erspare ich euch. Das muss sein Kings sein, um Gruppenduschen okay zu finden. Ach Mann, Alter. Ey, das ist auch wirklich, also ich finde, Gruppenduschen ist wirklich genial. Ja, weil das ist halt auch, man kuschelt auch miteinander. Jeder fasst jeden an und man pinkelt sich gegenseitig an. Und das ist einfach das, was Gruppenduschen ausmacht. Deswegen bin ich auch mal zum Fußball gegangen. Aber dieses Jahr hat es mir dann gereicht. Ich wurde so oft angepisst, dass ich gesagt habe, nee, jetzt reicht es. Ja, deswegen spiele ich keinen Fußball mehr. Da war ich gebrochen einfach. Gebe ich dir auch nicht zu. Dann ist das so. ...einfach mal. Aber ich habe mich anscheinend so gut verkauft, dass er am Ende das jetzt zu mir gesagt hat. Ja, ja. Pass auf, ne. Du kriegst von mir das Prädikat Moderata Linka. Dankeschön. Endlich. So, bist du aus dem konservativen Spektrum raus. Ähm, ne. Leicht links. Okay. Und, ähm, werde ich dich auch immer behandeln und immer auch einordnen. Und, äh, und damit kannst du dann hoffentlich glücklich werden. Ja, aber Leute. Nicht mehr konservativ. Mega. Ein Punkt, der mich ebenfalls gestört hat, ist, dass Dara ja schon stundenlang auf mich reagiert hat, aber mir gefühlt halt noch nie in irgendeinem kleinen Punkt irgendwie mal recht gegeben hat. Und immerhin, das gibt er tatsächlich auch selber zu. Es gibt nicht einen einzigen Punkt, wo du mir jemals zugestimmt hast. Egal wie klein der ist. Gibt's einfach nicht. Ja, würde mir gerade auch jetzt nicht einfallen. Also bestimmt, äh... Das war ja aber eben im Gespräch auch so. Zwei Stunden gelaufen, du hast nicht einmal zugestimmt. Und so, was ist das? Ja, aber, ne, das sind so, das sind so Sachen da. Ähm, ne, und deswegen sag, spreche ich ja auch da, ich sag mal, im Konjunktiv, um eher auch nicht irgendwie dich jetzt niederzumachen oder so. Aber überleg mal, also alleine logisch gesehen, wenn du jetzt vier, fünf, sechs Stunden auf... Hä, er hat nicht mal zugestimmt, aber lustig, ja. ...irgendeine Person reagierst, selbst wenn du die überhaupt nicht magst. Also es muss ja irgendwann mal so einen kleinen Punkt geben, so einen kleinen Minipunkt, wenigstens einen Nebensatz, wo du jemandem zustimmst. Aber Dara ist halt einfach viel zu klug für uns. Er sieht alles anders und ist natürlich auch einfach immer im Recht. Also, ne, also wie gesagt, ich, äh, aus meiner Sicht werde ich dir zustimmen, wenn es einen Grund dafür gibt. Und wenn da ein gutes Argument kam. Ne, beispielsweise bei ihm in der Diskussion kam ein gutes Argument und dann hab ich halt ihm zugestimmt. Ja, meine, meine Videos sind ja auch nicht für so Hochbegabte gemacht, sondern für so Monto oder Trimax hat heute auf mich reagiert, ne, für so Lutscher im Internet halt, ne. Genau, aber das hat halt leider auch Konsequenzen, ne, sozusagen. Ja, safe. Also da geht natürlich auch, sag mal, so ein bisschen... Ja, also eigentlich müsste ich logisch gesehen ja mal recht haben, aber anscheinend, äh, ist einfach... Einfach jeder aus meiner Community und auch alle anderen sind einfach zu dumm, um das Ganze zu verstehen. Also, ich persönlich finde, man sollte auch ein Stück weit fair sein, ja. Ich, ich kenn das selber auch. Manchmal, man hat sich eingeschossen vielleicht auf eine Person oder kann irgendjemand nicht leiden und dann will man jeden Punkt von der Person negativ auslegen. Aber vielleicht sollte man einfach mal so ein bisschen entspannen und einfach ein bisschen fair rangehen, ne. Also, so, dass man nicht die ganze Zeit sagt, ey, das ist scheiße, das ist scheiße, weil ich die Person nicht mag, sondern auch mal sagen, jo, da hast du recht, weil das ist nun mal richtig, was du erzählst. Und da hat auch der andere recht. Ne, mit KuchenTV hatte ich auch mal in der Auseinandersetzung, wenn viele im Chat mögen, KuchenTV nicht. Ich hab jetzt trotzdem auch auf ihn reagiert, obwohl ich auch weiß, dass viele nicht reagieren oder dass viele das nicht mögen. Und ich sag mir aber auch so, ey, ich geh jetzt in so ein Video rein, nicht mit einer negativen Einstellung und sag, ja, KuchenTV ist doof, weil wir da eine Auseinandersetzung hatten, sondern sag auch, ey, jo, wenn der Punkt gut argumentiert ist und man das nachvollziehen kann, ist das okay. Und wenn jemand anders irgendwie scheiße erzählt, dann ist es halt nicht okay. Und genauso geh ich in jedes Video rein, um so neutral wie möglich erstmal ranzugehen. Danach kann man ja immer noch gucken, jo, ist das scheiße, was er erzählt oder nicht. Aber ich find's auch unfair, die ganze Zeit zu sagen, ja, ist Müll, ist Müll, ist Müll, nur weil ich die Person nicht leiden kann. Also ich find, so einen gewissen Grad an Fairness sollte man einfach mitbringen. Wir stehen aber zurück, haben wir den großen Darat, der hier auf unserer Seite steht. Zum Abschluss hab ich tatsächlich nochmal eine positive Nachricht. Wir haben auch, also das, was du da gegen Shuyoka losgetreten hast, ne, damit befassen sich auch inzwischen diverse Seminare an Universitäten und sowas, ne. Ich mach halt so ab, laber nicht. Ja, ne, so. Schick mir das mal. Und dann hab ich Kontakt mit Leuten aus der Wissenschaft, die das Ganze auf dem Schirm haben. Das ist ja nur, ja, Leute, ich bin einfach in der Uni. Das ist ja nur, Chris. Ja, so, ähm, jetzt bildet ihr darauf nicht zu viel ein. Ich hab das mal so ein bisschen sehr, äh, versucht, sehr pauschal zu, ähm, oder allgemein zu formulieren, aber... Wie geil ist das bitte? Jogi, stellt euch einfach mal vor, ihr seid in der Uni-Vorlesung und euer Professor hält einen Vortrag über Shuyoka vs. KuchenTV. Da muss ich mir einfach mal auf die Schulter klopfen. Das war ein Ritterschlag, meine Freunde. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? An sich war der Talk halt lustig. Ich hab ihn tatsächlich auch genauso eingeschätzt, weil bei ihm war es das Gleiche, dass er im Grunde nie irgendwas eingesehen hat. Tatsächlich fand ich das Gespräch aber ansonsten eigentlich sehr gut. Also, ne, es war jetzt nicht so, dass wir uns gebieft haben oder so. Ich denke, dass wir in vielen Sachen einfach unterschiedlich denken. Ich denke auch nicht, dass wir Freunde werden, weil ich bin einfach ein sensibler Widder und er ist eine Freundin. Was sagt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Okay, ey, 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 okay. Ja, also was soll ich dazu sagen? Das Video hat mich auf jeden Fall auf den aktuellsten Stand der Dinge gebracht. Ich fand die Aussagen von Dara halt wirklich absolut lost. Und, äh, ja, das ist wieder... Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber er kriegt es halt immer wieder hin, um mich zu enttäuschen, einfach. Er schafft es einfach, um mich zu enttäuschen. Dara, meine Güte, also... Also, weißt du, das ist ja nun wirklich bodenlos von dir. Kurnefa hatte ich jetzt schon wieder hops genommen. Und, äh, das... Obwohl er nicht viel machen musste. Ihr habt einfach über drei Themen in zwei Stunden gesprochen. Das nervt mich halt. Junge, stell dir vor, ich hätte mir einfach zwei Stunden lang euren Talk angehört. Das wirklich, der hätte es bei mir komplett... Äh, weiß nicht. Der hätte mein Hirn komplett ausgesetzt. Als wären hier nicht schon die 19 Minuten genug gewesen. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für das Update. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Wenn ihr bisher her geschaut habt, dann schreibt mal bitte in die Kommentare. Dara, bitte fang an nachzudenken. Wenn ihr das reinschreibt, seid ihr die absoluten Über-Kings- und Premium-Zuschauer. Sage ich euch an der Stelle so, wie es ist. Weil das ein langer Text ist. Aber Dara, bitte versuch nachzudenken. Und, äh, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wie ist es so schön? Schränkchen an Schränkchen. Euer Alpha Kevin und ciao, ciao.